Im T6.1, also dem Transporter 6 Facelift, wir sind hier im Multivan, gibt es zum ersten Mal eine elektromechanische Lenkung, keine hydraulische mehr. Deswegen haben wir auch Fahrerassistenzsysteme und deswegen haben wir auch eine neue Version des Parkassists. Wir haben hier den Parkassist 3.0, damals oder immer noch auch Parklenkassistent genannt. Die Taste ist es. Ja, und er kann längs und quer einparken, hat jede Menge Unterscheilsensoren dafür dabei. Das gibt es seit vielen Jahren, aber es gibt jetzt eine Funktion, die nennt sich Help Me, die finde ich eigentlich ziemlich sinnvoll, denn ich nutze tatsächlich den Assistenten fast nie. Auch im Multivan weiß ich nicht, ob man ihn braucht, weil der Multivan trotzdem übersichtlich ist mit Parkpiepsern. Aber Help Me hilft mir dann weiter, wenn ich merke, ich habe versucht manuell einzuparken, komme aber nicht weiter und brauche deswegen Unterstützung. Das Ganze zeigen wir zwar, wir haben hier verschiedene Bullys geparkt, Kastenwagen teilweise. Wir haben hier, wie gesagt, eine Trimler, die der Komfortline entspricht. Jetzt kommen wir hier so hin irgendwie. Und ich will zwischen den beiden einparken. Ich fahre vielleicht mal so hin. Oh, 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 sehe ich irgendwie schlecht. Nicht so gut. Ich fahre nochmal zurück. Nehmen wir mal an, hinten wäre es ein bisschen enger. Ich bin natürlich komisch reingefahren auch. Und so, nochmal so. Oh, hier wird es schon eng. So, jetzt ist irgendwie alles eng und ich habe vielleicht Panik, Großstadtverkehr, alles piepst. Und jetzt sage ich, ich komme nicht weiter und kann jetzt den Parkassistenten, den Parklenkassistenten aktivieren. Ja, und dann steht hier tatsächlich schon als Vorschlag das Problem, das ich habe. Aber er hat es nämlich hier im, wie heißt, Digital Cockpit, im Active Info Display, heißt es bei PKW, angezeigt. Also wir kommen hier nicht weiter. Und ja, der Parklenkassistent ist aktiviert. Er will mir jetzt helfen und sagt natürlich, Pfeil nach hinten, machen wir rückwärtsgang rein. Das machen wir. Okay, ich sehe, der Lenkangriff wird aktiv. Ich gebe nur noch Gas und Bremse, entsprechend mit DSG. Ich gehe jetzt also von der Bremse und gucke mal, ob er mir jetzt noch helfen kann, bei dem, was ich angestellt habe, hier gerade in die Parklücke zu kommen. So, zurück sagt er. Er passt natürlich auch auf, dass er nirgends anstößt. Also er würde auch bremsen, wenn ich jetzt ganz von der Bremse gehe. So, stopp. Ich soll bremsen. Habe ich gemacht. Den Vorwärtsgang einlegen. Und gucken, wie er mir helfen kann. Also ich bleibe natürlich bremsbereit. Aber er wird auch sonst in Not selbst nochmal Alarm schlagen. Hier wird es jetzt sehr knapp. Aber ich verzäume davon und ganz. Einmal zurück. Er sagt es noch weiter zurück. Okay, ich habe ganz schön komisch eingeparkt. Wieder vorwärts. So, er piepst, er piepst, er piepst. Scheint aber noch zu gehen. Also hier sieht es wahnsinnig knapp aus. Da gibt mir schon wirklich Angst. Wahnsinn, wie weit das geht mit dem großen Transporter hier. So, weiter, weiter, weiter. Okay, wir stehen jetzt sehr weit bei mir. Hier auf der Beifahrseite ist noch viel Platz. Deswegen möchte er nochmal korrigieren. Nochmal zurück. Ich glaube, ich habe vorhin auch einmal zu früh angegriffen. Da hat er noch gar nicht gepiepst. Da dachte ich nur, wir wären schon dran. Nochmal zurück. Hier sehen wir auch, wie das abläuft an dem blauen Balken. Weiter zurück, 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 zurück. Ich glaube, ich war vorhin einfach zu früh. Ja, ich habe nicht gewartet. Jetzt wieder Vorwärtsgang. Er korrigiert nochmal nach hier drüben. Ich mache nach wie vor nichts. Stopp. Ja, Parkassist beendet. Ich mache in P. Und ich werde gleich mal aussteigen. Und dann schauen wir uns das Ganze von draußen nochmal an. So sieht es aus. Ich würde sagen, es kann sich sehen lassen. Wir stehen ziemlich mittig in der Lücke. Wir stehen vor allem mittig zwischen den beiden anderen parkenden Autos. Ja, und hier können wir vielleicht nochmal aus der Nähe zeigen, was die Sensoren sind. Also für den Parklenkassistent haben wir ein paar mehr. Wir haben hier an der Seite eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Also wir haben, glaube ich, vorne und hinten jeweils sechs Stück. Das sind normale Ultraschallsensoren. Und damit funktioniert das. Es gibt auch einen Flankenschutz, der zeigt, dass ja quasi, wie viel Platz noch an den Seiten ist. Der ist aber nur ein Stück weit simuliert. Der Crafter dagegen, dessen Flankenschutz, der hat auch nochmal an der Seite tatsächlich Ultraschallsensortik. Was es natürlich auch noch gibt, wie immer schon, ist der klassische Parkassist. Den Parkassist 3.0 eben, den können wir hier nochmal zeigen, denn da sieht man am besten tatsächlich, was die Lenkung jetzt aktiv kann. Wir fahren an einer Parklücke vorbei, bis 37 kmh. Er hat sie gefunden. Ich lege den Rückwärtsgang ein und muss jetzt als Fahrer nur noch Gas geben und bremsen. So, wir haben hier keine Linien und so weiter. Das heißt, er orientiert sich nur an den Autos. Und wir schauen jetzt einfach mal, wie gut das funktioniert hier. Die Lücke ist sehr, sehr eng. Man denkt vorne eigentlich schon, man stößt an. Aber scheinbar passiert das nicht. So, hinten sind wir schon dran. Wahnsinnig eng jetzt wirklich. Wir gucken mal, wie es geht. Lass den einfach mal machen. Das ist die dritte Generation dieses Parkassistenten. Dem kann man hoffentlich vertrauen. Ja, ich würde sagen, er kommt ganz gut hin, obwohl wir hier wirklich so halb eigentlich am Grünstreifen parken. Wieder vorwärts. Bis zum Sonar komme ich hin. Wahnsinn. Und noch einmal zurück. Und dann müssten wir es eigentlich haben. Nochmal vor. Okay, es waren einige Züge. Die Lücke war wirklich sehr eng. Das ist hier an dem sonnigen Tag die letzte Parklücke, glaube ich. So, und fertig. Und wir stehen jetzt vorne und hinten wahnsinnig nah dran. Das war also wirklich ein sehr, sehr cooler Einparkvorgang. Und ganz spontan tatsächlich auch. Also das geht nach wie vor ziemlich schnell beim Parkassistent. Und jetzt eben auch mit dieser Help-Me-Funktion, die ich eigentlich sinnvoll finde. Weil hier hätte ich wahrscheinlich tatsächlich manuell eingeparkt, weil es trotzdem eigentlich auch ziemlich schnell geht. Wir freuen uns auf euer Feedback zu den Parkfunktionen auch im Langzeittest und danken euch fürs Zuschauen.